Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, Episode Whatever von Lias Crime Time. Es freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und ich freue mich immer riesig über eure Kommentare auf Instagram und YouTube zu den Folgen und eure Meinungen dazu, was vielleicht passiert sein könnte und ja, ihr dürft mir weiterhin gerne Fallvorstege senden. Ich habe da bei Instagram auch einen gesonderten Beitrag zugemacht, da dürft ihr einfach gerne drunter kommentieren oder mir eine E-Mail schicken oder wie ihr das gerne möchtet. Da habe ich jetzt auch schon so ein paar auf meinem Zettel. Es ist nur so, wenn manchmal so gar keine Infos vorliegen, versuche ich mit Angehörigen in Kontakt zu treten. Die wollen aber manchmal einfach nicht mitwirken, weil es zu sehr schmerzt. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen oder aber ganz oft findet man einfach auch gar keine Angehörigen und dann ist es einfach, wenn so Folgen da sind, über die es einfach sonst so gar nichts gibt, unglaublich schwer, überhaupt eine Folge zu produzieren. Also wenn ihr mir Fallvorschläge schickt, müssen wenigstens so ein paar Informationen im Internet sein, sonst wird es meistens schwierig. Auch wollte ich mich mal nochmal ganz lieb bei den Leuten bedanken, die mir ab und zu einen Kaffee ausgeben. Es gibt ja die Möglichkeit unter kofi.com, steht auch alles in meiner Beschreibung, mir gelegentlich einen Kaffee auszugeben und da gab es jetzt schon ein paar in der letzten Zeit, die das immer mal wieder gemacht haben. Eben einen großen lieben Dank an euch, das ist total lieb und ja, ich weise auch nochmal auf die Kanalmitgliedschaft hin, wer das gerne machen möchte und mich da unterstützen möchte, der kann sich die Vorteile dessen gerne mal durchlesen und wie immer freue ich mich natürlich am Ende dieser Folge auf Kommentare bei YouTube oder auch bei Instagram dazu. Heute gibt es nämlich einen Fall, der auch schon viele, viele Jahre her ist und der auch ein bisschen mysteriös ist, finde ich und gerade bei dieser Folge bin ich sehr gespannt, was eure Theorie ist, was mit dem jungen Mann eventuell passiert sein könnte. Und ich würde sagen, wir starten mit der heutigen Folge. In der heutigen Folge soll es um den seit 2004 vermissten Daniel Eberhardt gehen. Daniel Eberhardt war ein Nachzüglerkind in der Familie. Er kam am 15. November 1988 zur Welt. Er hatte noch einen Bruder, der hieß Andreas und Andreas war einige Jahre älter wie er. Daniel war 2004, wo er verschwand, 15 Jahre alt. Seine Eltern sind zur damaligen Zeit frisch geschieden und trennten sich, als er 13 war. Und aus dem Grund trafen sie eine Vereinbarung, wie es mit den Kindern weitergehen sollte. Unter der Woche lebte Daniel bei seinem Vater in Elchingen-Talfingen. Talfingen ist ein Ortsteil von Elchingen bei Neu-Ulm und am Wochenende lebte Daniel bei seiner Mutter in Ulm. Allerdings suchte die Mutter zum damaligen Zeitpunkt schon eine größere Wohnung und hatte daher auch ein paar Besichtigungen. Daniel hat wohl sehr unter der Trennung seiner Eltern gelitten und noch dazu war er ein sehr stiller Junge, eher in sich gekehrt und nachdenklich, so wurde er beschrieben, und leider in der Schule auch ein Mobbing-Opfer. Seine Schulpausen zum Beispiel verbrachte Daniel deswegen auch nicht auf dem Gelände der Schule, sondern in einem Internetcafé. Und auch privat verbrachte er viel Zeit am Computer und wenn seine Mutter mal sehen wollte, was er da so macht, dann wollte Daniel das nicht immer so wirklich preisgeben. Sie dachte, dass er vielleicht mit Mädchen chatten könnte und in der Tat chattete er wohl damals auch relativ viel. Daniel ging übrigens auf eine Realschule damals, und zwar auf die Anna-Essinger-Realschule. Er war dort in der Abschlussklasse und was danach kommt, wusste Daniel noch nicht so genau. Er wollte eigentlich gerne zur Polizei, doch bei einer Routineuntersuchung stellte sich dann heraus, dass Daniel kurzsichtig ist und eine Brille braucht. Und eine 50-prozentige Sehleistung, wie es für die Polizei notwendig gewesen wäre, konnte er leider nicht erbringen, so platzte der Traum einer Ausbildung bei der Polizei. Daniels Mutter ermutigte ihn, doch aus seinem zeichnerischen Talent etwas zu machen und als technischer Zeichnerbewerbung zu schreiben. Das hat Daniel auch getan, aber leider kamen immer nur Absagen an. Daniels Mutter hatte damals schon das Gefühl, Daniel lebt in seiner eigenen Welt, war mit den Gedanken oft irgendwo anders und steckte in einer schwierigen Phase. Und er äußerte sogar mal zu seiner Mutter, mit 16 bin ich nicht mehr da. Und es kam wirklich so, Daniel war ja auch mit 16 dann nicht mehr da. Ob dies nun heißen sollte, dass er sich absetzt, von zu Hause weggeht oder sich umbringt, was er damit jetzt genau andeuten wollte, ist natürlich bis heute nicht klar. So kam es zum Wochenende vor seinem Verschwinden. Daniel ist wieder bei seiner Mutter und wird auch eigentlich die nächste Woche dort bleiben, da sein Vater in den Urlaub fliegt. An diesem Wochenende chattete Daniel scheinbar wieder viel, was die Mutter aber nicht sehen sollte und er machte auch viele Ausdrucke zu Hause. Als die Mutter ihn dann fragte, was er da für Ausdrucke machte, sagte Daniel, das wäre für Arbeitsstellen, was er da ausdruckt, aber im Hinblick auf die nächsten Tage ist das sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das Arbeitsstellen gewesen sein werden, meiner Meinung nach. Dann kam es nämlich zum 25. Oktober 2004, das war ein Montag. Daniels Mutter steht um 6.30 Uhr auf und bald muss sie auch schon zur Arbeit. Sie weckt Daniel und macht ihm Essen. Dann findet sie Daniel in der Badewanne vor und sagt ihm, dass er schnell machen soll, er muss doch bald los zur Schule. Darauf sagt er nur, er müsste ja erst zur zweiten Stunde hin. Dann wollten die beiden sich am Abend wiedersehen, aber Daniel wollte erst noch zu seinem Vater, sie planten nämlich zusammen noch zu essen, bevor dieser in den Urlaub fliegt. Und sein Bruder Andreas wäre bei diesem Essen auch dabei gewesen. Die Mutter verlässt dann die Wohnung und geht zur Arbeit und die beiden winken sich dann in der Wohnung noch ein letztes Mal und sagen sich eben Tschüss. Daniel geht danach dann auch in die Schule und seine Mutter hat am späten Abend noch eine Wohnungsbesichtigung, denn es war geplant durch eine bessere Wohnung, dass Daniel dann eben auch mehr Zeit bei ihr haben könnte. Als sie dann etwas später zu Hause war, wundert sie sich, weshalb Daniel noch nicht wiedergekommen ist und ruft dann bei ihrem Ex-Mann und bei Daniels Bruder an und fragt, ob Daniel bei ihnen ist. Aber nein, Daniel ist dort auch nicht angekommen und müsste doch eigentlich bei der Mutter sein. Es war wohl irgendwie so, dass die Mutter dachte, Daniel ist beim Vater und der Vater dachte, Daniel ist bei der Mutter. Es war wohl irgendwie so eine Art Missverständnis und als Daniel dann um 22 Uhr immer noch nicht auftaucht, rufen sie die Polizei an. Der Bruder wartet mit Daniels Vater in deren Wohnung und Daniels Mutter in ihrer Wohnung, falls er dann doch irgendwann mal aufschlägt. Die Polizei beschwichtigt die Mutter natürlich erst mal, dass Daniel bestimmt nur die Nacht zum Tag machen will und sich ja morgen wieder zur Schule geht und nach Hause kommt. Für Daniels Mutter wird das die schlimmste Nacht, an die sie sich bis heute noch oft erinnert. Eine Nacht, in der sie nur am Fenster gestanden ist oder gewartet hat, dass das Telefon endlich anfängt zu klingeln. Aber nein, es kam kein Anruf und auch Daniel kam nicht nach Hause. Am nächsten Tag der erste Anruf in Daniels Schule, aber auch dort die Horrornachricht, er ist nicht angekommen. Am nächsten Tag sucht dann auch die Polizei mit Hunden und Hubschraubern nach ihm und auch die ortsansässigen Zeitungen berichten von dem verschwundenen Teenager. Passanten und Mitschüler werden befragt, aber gefunden wird letztendlich nichts. Später teilt ein Freund oder Kumpel von Daniel der Mutter mit, dass Daniel vorgehabt hat, sich einen neuen Ausweis zu besorgen. Aber er scheiterte daran, dass ja auch die Eltern hätten unterschreiben müssen und ich weiß auch nicht, ob er sich illegal einbesorgen wollte, wahrscheinlich nicht, aber er wollte sich scheinbar einen neuen Ausweis zulegen. Daniels Mutter blieb in der Anfangszeit, wo Daniel gesucht wurde, zu Hause an ihrem Telefon, denn sie wollte da sein, falls Daniel nach Hause kommt oder anruft. Sie weinte viel, schrie sogar vor Verzweiflung, sodass die Nachbarn sich schon Sorgen gemacht haben. Die Angst, dass Daniel nicht mehr zurückkommt oder ihm etwas passiert ist, war riesengroß. Die Polizei wird auch weiter aktiv und nimmt unter anderem Daniels PC mit und wertet ihn auch aus, aber auch dort fand man wohl nichts, was irgendwie weitergebracht hätte. Nun wurden auch Suchplakate und Flyer aufgehangen und ausgeteilt und daraufhin kamen auch erste wenige Hinweise bei der Polizei an. Ein oder mehrere Zugführer, so ganz klar ist das nicht, denn es gibt verschiedene Artikel, wo von einem oder mehreren berichtet wurden, wollen Daniel am Tag seines Verschwindens am Ulmer Hauptbahnhof gesehen haben. Er soll dort von Ulm im Regionalzug nach Richtung Heidenheim gefahren sein, um 17.29 Uhr. Sein Ziel war Talfingen, wo ja sein Vater lebte, aber nach Angaben des Lokführers steigt Daniel dort aus und gleich wieder ein, um nach Ulm zurückzufahren. Dort sieht ihn nämlich wohl ein anderer Zugfahrer um 18.40 Uhr und danach verliert sich Daniels Spur. Derweil gehen die Bemühungen weiter, den Fall von Daniel aufzuklären. Der Hausmeister der Schule macht gemeinsam mit der Polizei Daniels Spind auf. Darin waren alle Sachen, die er in seinem schwarzen Eastpack-Rucksack dabei hatte. Im Schulspind fanden sich seine Jacke, sein Portemonnaie, sein Handy, auf dem alle Daten gelöscht waren, sein Ausweis und seine Brille, die er ja eigentlich auch gebraucht hat. Nur sein Rucksack, der schwarze von Eastpack eben, der hat gefehlt. Als die Polizei die Sachen vor sich sieht, gerade auch das Portemonnaie und seine eigentlich wichtigsten Dinge, denken sie sofort an einen Suizid. Aber eine Leiche hatte man ja auch nach den Suchaktionen und bis heute nicht gefunden. Im November 2004 wird der Fall dann erstmalig bei Aktenzeichen XY gezeigt. Später kam dieser auch nochmal in der Spezialfolge XY Wo ist mein Kind? Aber dort kamen wohl auch nur wenige Hinweise rein. Zeugen meldeten sich, die glaubten, dass Daniel in einer Drückerkolonne arbeiten würde und Zeitungen austeilen würde. Aus dieser Spur wurde aber leider auch nichts. Die Polizei konnte niemanden ausfindig machen. Drei Monate nach Daniels Verschwinden klingelt zu Hause bei Daniels Mutter das Telefon. Aber niemand sagt etwas. 35 Minuten geht das Gespräch. Daniels Mutter redet am Telefon, fragt, ob dort Daniel am Telefon sei. Keine Antwort. Sie hört den Anrufer aber atmen. Oft ging das so, über Jahre. Insgesamt bekam Daniels Mutter etwa ca. 15 Anrufe. Auch zu Zeiten, in denen sie Pause hatte, z.B. auf der Arbeit und wer weiß das sonst so genau, sagte sie mal in einem Interview. Im März 2005 dann, will sie gerade das Haus verlassen, kommt wieder ein Anruf. Wieder redet Daniels Mutter mit dem anonymen Anrufer. Auf einmal hört sie im Hintergrund etwas, das sich anhört wie eine schrille Glocke oder eine Sirene und sie erschrickt davon so sehr, dass sie einen falschen Knopf am Telefon drückt und das Gespräch dann beendet ist. Bei den ganzen Telefonaten war Daniels Mutter sich übrigens immer sicher, dass es Daniel sei. Die Telefonate endeten aber leider im Jahr 2007. In der Zeit danach schöpfte die Mutter Kraft aus den Erinnerungen an ihren Sohn. Die Anrufe damals gaben ihr aber Hoffnung, dass Daniel noch leben könnte. Die Polizei übrigens konnte keinen dieser anonymen Anrufe über die ganzen Jahre, die z.B. auch an Festtagen wie Ostern oder Weihnachten kamen, zurückverfolgen. Es ließ sich also nie feststellen, wer das gewesen ist. Als man dann aber die Sirene im Kopf hatte und die Mutter von Daniel viel gegoogelt hat, kam sie auf die Fremdenlegion in Frankreich. Dort würde man unkompliziert aufgenommen werden und könnte sogar seine Identität wechseln. Sie fährt dann unter anderem ins Büro nach Straßburg. Leute wollen meinen, sich an Daniel zu erinnern. Einige Monate später nimmt sie dort auch an einem Volksfest teil, um mit anderen ins Gespräch zu kommen und vielleicht ja sogar ihren Sohn dort zu sehen. Dort spricht sie mit einem Fremdenlegionär, der sich wieder sicher war, bei einem Aufnahmegespräch Daniel gesehen zu haben. Er wäre aber wohl abgelehnt worden, da er noch keine 18 war. Auch dort ermittelte die Polizei, so gut sie konnte. Die Fremdenlegion teilte am Ende nur mit, dass Daniel dort nicht bekannt sei. Alle möglichen Spuren, in die die Mutter bestimmt sehr große Hoffnung gesetzt hat, haben sich im Sande verlaufen. Aber die Mutter gibt nicht auf, nach ihrem Sohn zu suchen. Bruder und Vater haben weitestgehend damit abgeschlossen und glauben, dass Daniel sich wahrscheinlich umgebracht hat. Aber auch heute noch sucht die Mutter, zumindest in einem Interview von 2019, nach Daniel, spricht Männer an, die ihm ähnlich sehen, ob sie dann die Stimme von ihm daraus erkennen könnte und hält sich auch sehr oft noch am Ulmer Hauptbahnhof auf und schaut, ob Daniel vielleicht unter den Leuten sein könnte, weil er dort ja auch zuletzt gesehen wurde, lebend. Auch in den Träumen ist Daniel oft bei ihr. Zum Glück, sagte sie, nur in schönen Träumen. Sie glaubt nicht, dass Daniel tot ist, aber die Suche nach ihrem Sohn hat sie kaputt gemacht. Sie hat Herzprobleme, ist in psychischer Behandlung, macht sich oft Gedanken, ob er noch lebt und von dieser Hoffnung lebt sie. Diesen kleinen Strohhalm möchte sie einfach nicht verlieren. Das Verhältnis zu Andreas, ihrem älteren Sohn, ist leider sehr schlecht geworden, da es jahrelang nur um Daniel ging. Heute versucht sie, wenn Andreas bei ihr vorbeikommt, das Thema Daniel zu meiden, da sie einfach zu verschiedene Meinungen über das Thema haben. Und als ob der Schmerz und die Trauer um den vermissten Sohn nicht genug sind, so erreichen Daniels Mutter auch perfide Briefe von anonymen Schreibern. Einmal zum Beispiel sollte sie 3000 Euro bezahlen, wenn nicht, wüsste man ja, sie habe kein Interesse, ihren Sohn zu finden. Oder ein Mann, der mit bayerischem Akzent anruft und sich mit ihr treffen will. Er habe angeblich Infos über Daniel, aber Details konnte er nicht nennen, also fuhr die Mutter auch nicht zu ihm hin. Vermutlich alles nur Leute, die das Leid anderer Menschen leider ausnutzen wollen. Und Daniels Mutter, sie hätte eigentlich nur einen einzigen Wunsch in all den Jahren. Ein Lebenszeichen von Daniel, ein einziges, wenn auch nur winziges, das hätte sie unglaublich glücklich gemacht. Meine Lieben, das war nun meine Folge über den vermissten Fall von Daniel Eberhardt. Ich glaube, man kann sehr gut nachempfinden, wie verzweifelt seine Mutter wahrscheinlich bis heute noch sein muss. Die Suche nach ihrem eigenen Kind, wo niemand weiß, lebt das Kind noch oder ist es vielleicht irgendwo untergetaucht, ein neues Leben begonnen oder ist es vielleicht umgebracht worden. Das ist alles natürlich unklar. Allerdings dann natürlich, wenn er sich abgesetzt hat, ist Daniel ohne alles gegangen, was er mal besaß. Ohne seinen Ausweis, Geld, Handy und auch übrigens in der Obdachlosen-Szene hat die Mutter auch gesucht. Also sie hat da nichts ausgelassen. Was meint ihr? Kann Daniel Eberhardt mit damals fast 16, er wäre nämlich zwei Wochen später 16 geworden, ein neues Leben begonnen haben, vielleicht auch durch Internetkontakte oder hat er sich vielleicht doch umgebracht oder wurde vielleicht sogar umgebracht und bis heute nicht gefunden. Mittlerweile ist der Fall, 17 Jahre her, im Oktober werden das 18 Jahre. Daniel wäre heute 34, wenn er noch lebt. Ich habe bei YouTube jetzt in der Folge für euch und auch bei Instagram für die Zuhörer Fotos von Daniel hinzugefügt, die ich von der Webseite teilweise von Daniel Eberhardt gefunden habe, die, glaube ich, die Mutter führt. Die habe ich euch mal beigefügt, wo ihr auch sehen könnt, wie Daniel beispielsweise heute mit Bart aussehen könnte. Und mittlerweile ist der Fall natürlich auch ein absoluter Cold Case, aber ich wünsche der Mutter, die wirklich sehr, sehr, sehr viel gemacht hat, um ihren Sohn zu finden und gezeichnet ist durch diese jahrelange Suche und diese Hoffnung, dass sie irgendwann nochmal Klarheit bekommt, ob Daniel lebt oder eben nicht. Und natürlich auch dem Rest der Familie wünsche ich das. und ich freue mich wie immer auf eure Meinung zu dem Fall von Daniel Eberhardt und ihr unterstützt meinen kleinen Kanal auf YouTube oder auch auf Instagram oder auch auf Facebook. Einfach nur mit einem Abo, mit einem Kommentar oder mit einem Like. Da danke ich euch ganz herzlich für, denn das unterstützt mich einfach beim Wachsen und so können wir bald noch viel mehr Zuhörer dazu bekommen. Das wäre wirklich schön und dafür danke ich euch und wer mag, darf natürlich auch gerne Kanalmitglied werden und da seht ihr einfach mal, was ihr für Vorteile habt. Das dürft ihr euch dann gerne mal durchlesen, aber ich freue mich natürlich auch auf jeden Abonnenten auf den Podcastportalen und auch auf YouTube, der einfach kostenfrei gerne meine Folgen hört. Ja, meine Lieben, das war der Fall Daniel Eberhardt und ich sage bis zu einer nächsten Folge und bis zum nächsten Mal. Eure Lia. Eure Lia. Eure Lia. Eure Lia.